Hallo und herzlich willkommen zurück zu Battlefield, äh Quatsch, God of Duty, Bolekos, ich weiß auch nicht, ich hab mal auf Battlefield, ich spiel es einfach öfter. Ja, auf jeden Fall ist der DadoCut dabei, wir spielen Sprengkommando auf Nuketown wieder, weil wir sind grad zufällig da reingespawnt, konnten wir jetzt gar nichts. Hallo! Hallo! Ich platzier dann doch direkt mal die Sprengladung bei B. Tun sie das! Zack! Bombo online. Bombo online. Da ist einer der defused, der defused bei B. Ich weiß nicht, ob meine Granate gut gelegen ist, ja perfekt. Kommt noch einer an, gerusht. Sollten wir es mal als Offense Team schaffen? Anscheinend, äh. Waffe leer! Kommt ja auch mal ein bisschen auf die Teams an. Uh, das war ne Hailstorm vom Feind. Jo! Bombe explodiert! Das war's! Das war's! Das müsste sogar die Hailstorm sein. Zack! Äh, ja, so schnellen Sieg hatte ich bis jetzt auch noch nicht. Geht's bei dir weiter? Ah, jetzt. Jetzt, jetzt geht's weiter. Da sieht man nochmal den Kill. Wie man ihn sieht. Wunderschön. Pixel, Pixel, Pixel. In der Halbzeit. In der Halbzeit. Klinert, 88. Dann los. So, Rückrunde. Jetzt verteidigen. Verteidigen ist ja easier. Deswegen dürfte das fern... Eigentlich müssen verteidigen sehr einfach. Sonst haben wir ja sogar gegen die geschafft, die uns da auseinander genommen haben. Passgranate geht raus! Denk mal hier zwei gesleckt. Ah, da war eine Granate zu viel! Die haben Camper in der Base. Sehr gut in dem Modus. So. Erstmal... Erstmal an Schreibtisch setzen hier. Eine Bombe, die? So kann ich Blitzschatten nicht nehmen, what the fuck? Kriegsmaschine! Oh, Maschine! Oh komm schon, lass mich die doch kriegen! Jawoll! Hahaha! Komm Karschen! Legt noch einer ey! Hab ich nicht. Da liegt wieder einer, aber da liegt ein geiles C4. Da liegt ein geiles C4. Der ist erledigt! Der ist erledigt! Der ist auf dem Zeitplan nachgehe! Okay, dann haben wir noch nen Blitzschlag! Auf dem Weg zu ihrer Position! Ja! Ich seh' leider nicht nur viele wegen der EMP-Kacke da. Wie viele waren's? Aber ich glaub drei oder vier. Aber es war schon gut. Also war nicht schlecht das hier. Hätte aber auch fünf sein können, weiß ich nicht. Ich glaub ich hab ein bisschen zu weit links. Aber Kills sind Kills. Jawoll! Ja, das war doch nochmal extrem entspannt. Extrem! Ja. Flautes Victory. Das war so kurz, da kann ich fast gar keine eigene Runde draus machen. Da muss ich das nächste noch mit aufnehmen. Schwanz, du Assen- Warte mal, warte mal, warte mal. Das war easy. In dem Fall war's tatsächlich mal easy. Musst die noch schreiben. So, nächste Runde. Bitte nicht die Rückrunde. Natürlich wird's die Rückrunde werden. Ist doch cool. Ja. Okay. Und dann noch eine Rückrunde machen. Und noch eine Runde. Und noch eine. Und noch eine. Immer nur Nuketown. Pac-Man. Ja, der war ganz gut, der Pac-Man. Ich hoffe, der kommt wieder zu uns. Ich denk immer so Level 5, hä? Aber dann seh ich Prestige. Man weiß so schwer welches. Schwanz! Ja, das ist guter Name. Mighty Ganja! Ja! So, dann wollen wir mal. Sprengkommando! Wir müssen angreifen. Oder, ne, verteidigen? Angreifen? Weil sie ihn noch nicht. Angreifen müssen. Ziele neutralisieren. Moment. Doch, bist du bei mir. Ich dachte gerade, hä? Wo ist der blaue Pfeil hin? Okay, okay. Kriegen wir es nochmal so geil hin. Haben wir Schwanz? Haben wir Schwanz? Dann kriegen wir es geil hin. Eine Bombe hab ich gelegt. Ich leg grad das zweite. I bei B. Jawohl. B ist da drin. B ist online. Ach du Scheiße, Alter. Was denn? Geflasht, geflasht. Oh, Ultra geflasht. Der wollte defusen. A oder B. Ja, ja, ich hab aber, ich hab ihn schon. Kriegsmaschine! Oh, ich seh nix mehr! Alles clean! Alles clean! Alles clean! Alle alles nieder! Sentry Gun ready for the deployment! Blind! Angeschlagen weil Blut! Dreck! Tja. Gewonnen! Ja! Letzter Kill! Einfach rein rennen! Pass auf! Pass auf! Richtig Premium! Bunz! Alter! Hab ich jetzt eigentlich die Sentry Gun noch? Weil ich hab extra... Ja, ich hab alles aufgehoben. Ich hab jetzt schon eine Sentry. Ich hab auch noch die War Machine. Immer noch. Gearbeiten, Peter. Kriegsmaschine eingesetzt. Entry Gun steht einfach vor ihrem Haus. Hahaha. Ich hab was da hingestellt. Da einfach rein in die Gegner Basis. Was hier los? Hahaha. Macht sie nie da! Die spawnen überall in jeden Ecken. Hahaha. Spawnen schon wieder einer! Okay. Ich hab meine Sentry glaube ich noch. Ja, die steht noch. Vorräte unterwegs. Die steht vor der Bude. Yeah! Blitzschrank! Hunter Killer Drone. Alter, willst du mich verarschen? Machen sie fertig! Aber richtig! Ich hab schon wieder einen neuen Blitzschlag. Okay, auf geht's! Bam! Hahaha. Kriegsmaschine! Ich stell dir jetzt in die Basis, so. Die muss hier hin. Oh mein Gott, ist das ne Metzelei? So, hier steht die Gute. Hier hinter dir steht. Jetzt sind die nicht genau. Wo bleiben sie denn? Oh, der steht da hinter uns. Hab mich einer gemessert. 26,3 hab ich. Hahaha. Sie haben gelegt. Sie sind nämlich hinter uns gespawnt. Ein... Oh nein, meine Sentry Gunn. Sie doch einpacken. Defuse das Ding. Ja, ich bin dabei, bin dabei. Brauch Feuerschutz. Backup, ja, ja. Alles easy, ey. Defused. Kriegsmaschine. Scheiße, hab ich nicht getroffen. Ist egal. Alter, ist das geil. Jetzt kommt es aber irgendwie von allen Seiten. Jetzt ist es easy, ey. So, erstmal Drohne einsetzen. Abgeschossen. Wandel aktiv. Alter, schon wieder Kriegsmaschine. What the fucking hell. Hahaha. Das ist eine Warmaschine als Killskrieg. Ja. Alter. 36,3. Schwanz hat's gemacht hier. Da mit dem Papierflieger. Ja. Huuu. Hallo, wo ist das Vögelchen? Der Kämpfer. Alter, war das... Alter, war das peinlich für... Alter, guck dir immer... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Krass, das war richtig geil. Ja, das war aber eine richtig erfolgreiche Runde. War das heftig. Warte mal. Danke auf jeden Fall fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Auf jeden Fall war es sehr lustig. Danke auch, die ihr gerne gehört. Ciao. Tschüss.